Das war es nämlich schon. Huch. Gehe ich hier erstmal schlafen kurz. Ich war ja verzaubert, stimmt ja. Gute Nacht. Ja, theoretisch den Berg hier drüben gleich mal gleichzeitig abtragen. Da habe ich eh neue Erde gebrochen. Gehe. 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 Darf ich vorstellen, ehemaliges Stückberg. Nun in meiner Tasche. So, wir dürfen auch noch etwas mitbekommen. Der wird den geilsten sein. So. Ja, die, das muss ja eher das Runde noch, also... Im Endeffekt wird es ja dann auf diese Ebene hier runter gehauen. Ja, bis auf diese Ebene hau ich den Markt ja noch jeden Fall runter. Aber mehr kann ich halt eh nicht hier schleppen, also von da ist es vollkommen egal. Ähm... Ja, da ist noch gleich ein bisschen grüne Erde. Ist doch auch geil. Gerade im Nähter macht sich das doch sehr gut. So... Hallo, Ausbaufirma Grünland ist da. Ausbaufirma Grünland. Ich habe hier voll wie im Kreativmodus, weil ich hier mit solchen Böcken arbeite. Dann nehme ich auch immer die, wenn ich hier einen Riesen zu machen will. Egal ob wir übereinander stehen oder nicht. Ich finde, da hat er kein Problem damit, dass wir die Wiese aus Zulax wachsen. Und das jetzt natürlich vollkommen egal ist, weil wir hier eh keine Wiese hinbauen wollen. Aber... Wenn wir mal schnell eine Wiese brauchen, dann... sind diese Blöcke echt geil. Sooo... Das ist irgendwo auch zu viel hier. Sooo... 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 Jetzt werde ich immer dabei sein. das ist hier so zuzulassen was machst du denn hinter mir so damals sind wir uns das ehemal machen wenn wir dann anfangen das da alles hier zu verbinden mit unserer welt dann muss man das eh alles hier so zu bauen und daumen wo man ruhiger das bonnet genau formel was erwartet er stellt sich genau vor mich und wundert sich dass ich in die fresse schlage was für ein hero so auch die normale erde war noch ein bisschen weg das kommt hier einfach mal zugemacht moment ich hab da was im auge ah dämisches fliechen gezeugt so tadaaa wieder terraformt Was hab ich das unwichtige gemacht, was ich nicht machen muss, hab ich vergessen. Ja, haben wir ja gleich, nachgeholt, soooo. Oh, 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 oh. Nernierer So, jetzt kommt's hier, oh, das wollte ich so gar nicht. Jetzt kommt's hier wieder ne Schneise rein für das, dann hab ich 4 freigelassen. Hab eine für Wasser gemacht, ups, hey, hier, soo, gehen wir nach unten und schlafen kurz. Lalalalalalalalalala So, gute Nacht. Was, ich trinke mich nicht während ich schlafe? Nein, das ist un-ungelogen. Un-ungelogen? Warte mal, das hieß ja, das ist was? Nein. So, tada. Da sind wir wieder. So, da muss noch einer weg. So, da muss noch einer weg. Hier muss wieder einer hin. Und hier muss wieder einer hin. Und da geht's lang. Und hier. Oh, okay. Nein, nicht so. Ich mach's jetzt anders. Moment. Moment. So, Moment, Kieswasser, Kieswasser. Kies, und dann brauchen wir noch einmal Wasser. Eins, zwei Okay So Hä Ach Junior